Vorbereitungen zum Dreh im Küchenhaus Liebenberg, der Liebenberg persönlich. So, das ist unser Set, alles schon vorbereitet, hier wird es gleich richtig abgehen, heute mit dabei unser Maurizio und der Special Man Fabian. Fabian, sag mal hallo, wir sind einmal im Küchenhaus und wir sind nur am Essen, wir warten jetzt nur noch auf die Statisten und dann kann es losgehen. Das ist ja schön und gut, dass wir hier in einer Wohnung sind und dass ihr hier wohnt. Und im Endeffekt ist es ja dann der Gag quasi, dass dann eben der Chef quasi hier reintritt seid. Ist ja schön und gut, dass ihr euch hier so wohl fühlt, ich kann das ja auch verstehen, nicht, aber... Das ist ja schön. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Ganzen, gerne. Dreh auf! Wegen, da brakes! Untertitelung des ZDF, 2020